Ta 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 Mr. Sandman Gib mir ein Traum Pa rum pum pum Mr. Sedem Bring me the bomb Bring me the bomb Pa rum pum pum Boom 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 Weisst du was ich noch gefunden Was hast du? Ein Waffenrapkit Da hatte ich eine Freude. Jetzt kann ich alles separieren. Und dann ist es weg. Super. Und was meinst du für was habe ich es gebraucht? Nicht für die Pistole, die ich habe, sondern für den Pfeilbogen? Dann denkst du ja. So, ich bin in the game. Jetzt kannst du theoretisch noch hochlaufen. Die Strasse oder was? Ja, dort hoch gehts. Wenn du nach der Nacht gehst du bis an die Kreuzung hoch. Und dort komme ich da hoch. Hey Mr. Bitch Man. Bitch me a bitch for a bum bum. Bitch me a glitch. Und so ein Container. Es hat auch irgendetwas gebraucht. Ich weiss, wer meint die Güssel-Container? Ah, es sperrt schon eine Zacklase. Ja, voll. Ich weiss doch gar nicht einer, oder? Sie sind doch das, was ich gemeint habe. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich frage ja nicht mehr. Ja, echt, so etwas fragt man einfach nicht, Mann. Bäh. Ich glaube, das kann mit Huresön hin. Yeah. Hure geil. Wir haben Feuer gemacht! Feuer! Wegen der musst du ja so schimpfen mit mir. Hey, ein verdammter Rehe! Kommt doch in die Tatsche! Genau, hinter dir, Mann! Ja, ich weiss, was zuhört! Dann zackt ihr weg, wenn ich komme, Mann! Der verdammte Rehe, Mann, der verdammt! Yeah, bitch! 45er Muni habe ich gefunden, Mann, für meine Karren! Geiler Scheiss! Ja, es leidet massiv mehr laut, Mann! Das Problem ist, das Mondlicht ist jetzt so stark, du kannst mit der Lampe mit dem Feuer gar nicht gegenleuchten, du siehst gar nicht in diesen Schatten, nein! Ja, das ist so! Ja, du musst wirklich dreimal genauer schauen, als du wirst, denn es ist gar nicht heller, als es am Tag war! Ja! Hier hinten hat es auch noch Hüse, wollen wir die auch noch schnell durchficken? Ja! Ja! Ja, ich! Jetzt steht einer mit dem Sniper, schau ihn an! Ja! 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 Da ist Captain Gay! Ja! 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 Ja, es ist schon ziemlich so, ja. Ich habe jetzt gerade zu klein gedacht. Das könnte schon übersüchtig machen. Der ist scheisse Dreck. Von Zombie. Ah, Scheid! Ja, kein Shield habe ich gelesen. Ah, dort hinten ist er. Hast du es noch? Ja, warte. Ähm, warte. Ich schaue schnell. Ja, schaue. Alter, ich habe eine Knarre für dich. Mensch. Alter, da ist eine Knarre für dich. Alter, da ist eine Knarre für mich. Nein, ich habe nichts selber sogar. Was trinken? Mein letzter Sufa habe ich jetzt rein. Das habe ich schon lange nicht gelassen. Ich lebe von Beeren. Oh, ein Rehmann. Mann, der kann die Fick jetzt. Geil. Ja, durch den Kopf. Durch, Mann. Durch, Bitch. Hast du gerade Dings da vorne? Ja. Scheri. Ein Fett und zwei Venison. Geil. Wenn wir ein Auto leihen, dann geben wir voll ein Penis von dieser Welt. Bautiertes Camp. Ja, mit dem Auto sowieso. Das ist so. Dann könnten wir am Gamen sein mit den zwei Bildschirmen. Ja. So muss das aussehen. Geil. Ach, sorry. Geil Problem, Mann. Geil, Mann. Auch mit den Zombies in den Häusern, Mann. Das ist so richtig. Richtig für eine fickte Faust gefraussen, Mann. Das ist so geil. Wow, Alter. Was? Was? Check dir mal das Auto. Wo bist du? Ja, hinten, aussen. Ja. Kann man die eigentlich auch verhauen? Was ist das? Sparkplugs. Zündkerz, Alter. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Wie geil. Wie für fick geil. Einfach hier bei meinem Pickup hinten unten am Boden, Mann. Krass. Einfach am Boden so. Voll chillig. Ey, das war ein riesen Zufall, dass ich dich gesehen habe. Super geil. Ich bin hier bei dir. Hallo. Ich Product. Nein! Sperry. Teufel Schaden. Ich werde jetzt noch dran schwimmen. Wenn du gerne ein Blattest. He 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 he. He 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 he. Ich kann ja über alles reden. He he he. He 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 he. He he he. Hüh. Uschi 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 Mit dem Uschi Unter der Duschi Ist sein Sushi Wo bist du durch, Mann? Im Haus Immer noch Ja, im nähersten denke Hey, das Flashline Brauchst du noch eine? Nein, oder kannst du das Double-Handy nehmen Double-Fist Das ist krass Kommt wieder der Mond auf, Mann, und es blendet wieder Wie ein Ur-Peser-Tinner Wollen wir auch bei dir noch 10 Sekunden, wenn wir ins Auto fahren Das weisst du schon Wegen Erst beim Boom-Tot Ja, genau Jetzt beim Boom-Tot Ich habe so ein Kennis von euch, Mann Wenn wir so Zeug machen Chancen Oh, Chancen, Lise Und Was ist das für ein Ort, Mann? Schau dir so an Ja Warum ist das eigentlich so komisch in der Musik? Hast du die auch? Ja, so komische Hintergrund Scheisse oder was? Ja Das sind sogar noch Das sind sogar noch Hey, das sind auch noch Ja, die sehr Die sehr Das ist so toll, Mann Was? Es ist ... Bist du das? Bei dem Haus, aber Es ist eine Kiste verschlagen, da ist ein Kochherd gesponnt. Okay. Also zum Mitnehmen, oder was? Nein, nein. Wo bist du genau, eigentlich? Im Haus, oder? Ja, dann zum Glück noch ein. Ja, dort am Anfang, am dritten oder am vierten. Das ist so ein Steinhaus. Das heisst das halt nicht, das ist ja schon gut. So ein Backsteinhaus. H.S. Stackbein? Ein Stackbeinhuis. Ja, aber ich bin auch so ein H.S. H.S. Urgeile Jüte, Mann, ey. Ja, ging schon. Schnell eins trinken, da. Jetzt noch irgendwas brauchst. Was? Brune. Was, hä? Brune! Brune! Das ist doch alles, um Gackey raus nehmen? He-heh, ja... Really... Wer hat was gefunden? Ja, sorry, ich habe nichts davor... Sch... Boa alter, ey! Scheit! Scheit! Schiiiiit? Scheit! Hey, alles was du in deinem Inventar hast, habe ich gesehen. Alles! Was machst du da hinten, Mann? Ja, lauten. Ja, hast du auf dieser Seite von der Stadt angefangen, oder was? Nein, ich bin eigentlich durch. Ich laufe halt nicht. Ja, ey! Ja, ey! Ja, ey! Hast du alles gelautet, Mann? Ja, ey! Ja! Ja, ey! Da kommst du ja auch schon, bist du ja gar nicht so weit weg gewesen, was? 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 Ja... Warte! Was hat er gesehen? Ich hoffe, ich liege am Feuer, nicht? Wo ist das Feuer? Was? Wo ist das Feuer, Mann? Ja, es ist arschfeister da. Ich sehe keinen Meter. Ja, das Feuer siehst du jetzt, oder? Ja, wenn ich drauf schaue, schon, ja. Du kippst schon eine Penis-Krücke, ey. Krücke? Penis! Oh, ein Hund, Alter! Ein Wolf! Fuck, 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 fuck! Fick ihn, Mann! Fick ihn! Überlegst du es? Der ist im Auto... Also in den Garage, in einem Haus. Und ich bin jetzt rausgerannt und eroß gar nicht geh. Aber, äh, aaah. LeleleleleleleleleleASE! Äh, ist das klar? Und was ist das... Einen anderen hier, gleich.... LeleleleLiację! Hahaha! He he he, haha Ui, fies, wieso stört er mich? Du triffst einfach nicht Achtung links, Achtung links Oh, 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 der gliedscht runter Hallo? Da bleiben wir nicht Ja, und dann greift er plötzlich an Dreckes ab Das macht es wahrscheinlich Laufen Ja, okay letzter Da kam Ob ich meine alles schения Achtung, Achtung, Achtung! Woher ist der? Was ist das denn beim Haus? Da hinten sind alle, komm mal! Komm, f*** dich doch. Da hinten ist ein Brum. Schreck 7, MF! Ich hab gerade den Wälder. Ein Tier... Lundelululululululululist. Das ist ein Tier! Pff! Das klingt da auch wieder so, versp politics! Ja, das ist sicher. Vom engagement meeting you people? Er 빨리 auf prot parliament ... Warte mal... Hey, yeah! Er ist gestorben, ey! Komm, Mann! Du musst mit der Wüste aufgetatschen, dann geh! Das ist ich heute, Mann! F*** ihn, ey! F*** ihn! Riss ihn am Arsch auf, ey!